Also wir suchen wirklich Mitarbeiter, die richtig Spaß haben an dem Beruf und die eigene Ideen umsetzen wollen, die auch Wissen haben und das anwenden wollen und das ist genau das, was wir suchen. Also das Team ist sehr hilfsbereit, kollegial. Recht locker, familiär kann man es sehr gut nennen. Wir haben einen ganz tollen Umgangston. Jede Situation merkt man das. Also für mich persönlich war einfach, ist der Wunsch immer gewesen, draußen zu arbeiten. Das war für mich immer der Größte. Ich brauche einen Beruf, wo ich viel draußen bin, wo ich an der frischen Luft bin. Ja, Pflanzen alleine. Also ich laufe durch den Wald, gehe spazieren und dann nehme ich mir so, ach, die Pflanze kennst du. Also wir machen auf jeden Fall die Arbeiten, die besonders spannend sind. Da sind wir ganz wild drauf. Ich glaube halt echt, dass Garten-Landschaftsbau der Beruf ist, der mit am meisten Abwechslung mitbringt im Handwerk. Wir sehen alle verschiedenen Seiten, ob es jetzt der bautechnische Bereich ist, ob es jetzt Pflasterarbeiten sind, ob es Teichbau ist, ob es Mauerbau ist. Wo man Ideen einsetzen kann, seine eigenen Ideen umsetzen. Bagger, Radlader, Motorsägen. Ich weiß nicht, was es alles gibt. Haben wir. Was man braucht, haben wir. Was wir nicht haben, das braucht man nicht. Wir sind ein super Team, aber ein Baustein fehlt noch. Und das könntest du sein. Also bewirb dich gerne als Mitarbeiterin, Mitarbeiter, als Auszubildende oder Auszubildende. Die Schuhe.